Das ist einer meiner Lieblingsstücke. Mit dem hat alles angefangen, mit zwei Schubladen. Das hat so eine Art Druck? Genau, das ist alles mit Druck, dass man praktisch, wenn man seitlich reinschaut, im ersten Moment gar nicht weiß, dass da zwei Schubladen drinnen sind. Super! Genau, und das ist als Nachkästchen, als Beistilltisch. Funktioniert aber nicht mehr, gell? Aber ich hab's halt ja ausgespielt. Ist da kein Wehmut da, wenn's Ihr Instrument war und jetzt so ein Möbelstück? Nein, also ich muss sagen, es ist schnell überall mit einem lachenden Gesicht hinein. Vor allem, weil es dann nicht mehr in der Ecke steht und verstaubt, sondern weil es wirklich eine neue Funktion bekommt und einen neuen Sinn wiederkriegt.